Hi meine Lieben! Heute mal nur so ein allgemeines Infovideo. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier viel mehr Platz für euch zum drehen. Ja, also die Bilder hängen jetzt auch anders. Alles ist hier anders. Nö, Sky? Wir haben ja viel mehr Platz. So, wie ihr seht, habe ich ganz viel Platz für euch geschaffen. Da wird auch demnächst ganz schön viel kommen, auch ganz viele Specials. Und ich wollte euch mal fragen, was ihr so allgemein sehen wollt. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, boah, das möchte ich unbedingt mal sehen auf ihrem Channel? Wollt ihr mir Non-Popping sehen? Wollt ihr meine Artikel erwerben? Soll ich die in Ebay stellen? Oder soll ich mal wieder komplett drauf loslegen? Oder habt ihr irgendwelche Ideen, die ihr richtig gut findet und die ich unbedingt mal machen sollte? Mögt ihr lieber Inflats? Mögt ihr lieber Luftballons? Oder so? Oder hättet ihr gerne ein Your Wishes Video? Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt von mir, was euch am besten gefällt. Und, ähm, ja, schreibt mir doch bitte einfach alles, was ihr am liebsten mögt von mir oder was ihr euch am besten gefällt oder was ihr so sehen wollt, in die Kommentare unten. Just write down below in the comments. Tell me what you wanna see, cause I got space right now. And just write it down below in the comments. Und dann wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß mit den ganz vielen neuen Videos, die jetzt dann entstehen. Bis bald! 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 Bis bald!